Ich höre im Fernsehen, die Family, ja, wie ich sie höre, denkt man, ja, die singen kein Deutsch, sie können kein Deutsch, nur Englisch, ja, und was das singen, ich verstehe das nicht, was das singen, können sie nicht Deutsch, nein, nein, können sie nicht Deutsch, nur Englisch, 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 ja, verstehe ich gar nicht, ja, warum kann man nicht Deutsch singen, ja, wenn man in Deutschland ist und Österreich, ja, muss es Englisch sein, auch wirklich, ja, nein, wenn ich singen kann, ach ja, singe ich auf Deutsch, das ist mir klar, Was anders kann auch ich nicht mehr, wenn ich da zuhöre bei Family Camely, ja, alles auf Englisch ist schon da, was interessiert mir das Englisch, ja, da kann man gar nichts vorstellen, ja, wo ist der, der da singt, ach ja, der macht ein paar Bewegungen, ja, Und denke, na, ist ihm schlecht sogar, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, er singt in einer Sprache, ja, die ich nicht verstehe, ja, darum sage ich nur, sing einmal Deutsch, Herr Camely, kannst du Deutsch nicht mehr, dann, dann kann ich dir nichts helfen, ja, Was, was du da singst, ja, was du da singst, ja, was du da singst, ja, ich sing ja viel besser, ja, als die da im Fernsehen, ja, die singen was zusammen, ja, da wird mir auch noch schlecht sogar, na ja, ich brauche das ja nicht hören, ja, dann schalte ich Fernsehen aus und es ist vorbei, ja, ja.